hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen let's play nämlich team fortress 2 ja wir sind hier grad schon in einem start und wir machen mal zufällig ja wen sollen wir dann nehmen nehmen wir ja den nommer im 8 m sei nicht böse wenn ich nicht so gut bin die luche nähert sich einem kontrollpunkt Autsch! Ach, das war ein Sniper. Ja eben, das bin ich nicht so gut. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Bist du von hier? Ah, ja bist du. Spür und spür und spür. Ja, ähm... Ja eben, ich bin noch nicht so gut. Und der Ingame-Sound, ich glaub auch, ein bisschen laut grad. Ah, spür und spür und spür. Ja eben, ich bin noch nicht so gut. Und der Ingame-Sound, ich glaub auch, ein bisschen laut grad. Ah, spür und spür und spür. Ich bin wieder tot. Ja. So ist das Leben. Ach, wo sind jetzt diese Leute? Hm, irgendwie lauf ich im Kreis, hab ich das Gefühl. Ja, ich glaub das tue ich wirklich. Hä, wieso? Ich fäng den... Ach, hier geht's hoch. Die Bomben hört sich an dem Kontrollpunkt. Das hat jetzt... irgendwie ein bisschen... schwul getönt. Ach, ich hab keine Ahnung, wo ich durch muss. Ach, wo ist dieses Ding? Ach, hier oben ist irgendwo. Oder auch nicht. Das ist nicht ein bisschen. Ach, hier oben ist. Ja, ich hab noch hier oben. Ich habe nur ein Punkt, wo ist es nicht zu tun? Ach, hier oben ist wohl. Das ist nicht so gut drin. Und dann warst du viel mit dem Käfchen. nur auf Feuer Autsch, Sprenner Nein, nicht schon wieder! Das ist so schlimm Ich folgte ihn mal, der weiß, dass ich er rötet Ähm, ich höre mich jetzt Ja, einen gekillt Ähm, wo bist du hin, du Peskopf? Nee, ich brenne schon wieder Okay, jetzt muss ich meinen Charakter wissen Zudem ich den hier Nun, hier geht's raus Da geht's raus Vielleicht bin ich hier ja ein bisschen besser Und ich bin glaub schon wieder tot Ja Ja Aber ich bleibe, glaub, bei diesem Charakter Haben wir gewonnen oder haben sie gewonnen? Ich hab keine Ahnung Ach, gar niemand noch Noch nicht Ähm Warte Ich muss Danke sagen Oh Wow, Granaten Wow Ja, er hat mich nicht angezündet Das ist keine Chance gegen mich, du kleines Opfer Oh Wow Wow, Granaten, Granaten, Granaten Wow, Granaten, Granaten Au Nein, nicht schon wieder Ach, ich sterbe die ganze Zeit Aber ich hab schon zwei gekillt Das ist doch schon mal ein Anfang Das ist doch schon mal ein Anfang Ach, Spion Okay, in diesem Spiel stirbt man eigentlich die ganze Zeit Also da ist es auch nicht mehr so wahnsinnig schlimm Ähm, ich weiß ja, wie ich hier kann. Das hat wehgetan. Okay. Kann ich das benutzen irgendwie? Okay. Die müssen wir gleich mal ausprobieren. Nee, ähm, nee, falsch. Dich hier. Genau. Zurück. Ach, ja, jetzt muss ich nochmal eine Runde mit Ihnen. Was tust du da? Ja. 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 Ach, Mamo. Voll ins Gesicht. Ach, jetzt habe ich schon wieder nicht gewesselt. Kann ich das auch benutzen? Ja. Ich sterbe immer wieder. Ähm, jetzt weiß ich dann bitte, ähm, zu dir. Ach, Mann. Ja, mit dem bin ich einfach nicht gut. Gut. Ich brauche wieder den. Oh, dann. Ja, doch. Dann. Ja. Wer? Ja, das war ein kleiner. Ja. Ja. Suck. Kann ich noch einen killen? Ja. Pronto. Wuppi. Entschuldigung. Ja. 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 Wo genau gehe ich jetzt hin? Ah, ja, das ist gut auch. Nee, geh doch nicht nach vorne! Das ist so schlecht denn. Mission startet in 30 Sekunden. So gehen alle nach vorne? Seid ihr dumm, oder was? Ach... Lalalalalala... Mission startet in 10 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ha! Perfekte Position! Ach komm, wir müssen... Ah! Ja, aber ich bin kein Sanitäter. Da ist die Tür. Und hier geht sich das Schuss mit dem Schuss für eine Schuss an! Da ist es noch eine Schuss! Das Lannert. Aber ist es mir sehr wichtig! Na, jetzt bin ich tot. Zwei Kills? Das ist also nicht gut, eigentlich. Ich freu mich trotzdem. Ich hab ganze zwei Kills. Öh. Aua. Ach, nicht schon wieder. Soll ich mal probieren mit deiner Sniper? Ja komm, nächste Runde machen wir Sniper. Und ich bin schon wieder tot. Ähm, ein Sniper da. Ich bin sicher extrem... Ah, da ist einer von uns. Aua! Ach, ne, da bin ich überhaupt nicht gut. Ähm, bin ich... Äh, ne, das würde ich auch nicht... Was? Wo kommst du denn her? Ach, ja. Ja. Dann beende ich hier diese Folge. Oder ne, wir machen noch diese zwei Minuten. Aua. Schon wieder bin ich verbrannt. Ja, dann beenden wir hier diese Folge. Ciao, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.